Hallo und herzlich willkommen zu den Technik Nachrichten wieder zusammengefasst von Zoya Bentec und Reutools und diese Woche waren wir vom 13. bis zum 20. Oktober 2013 aktiv und haben mal wieder die wichtigsten Technik Nachrichten zusammengefasst unter anderem haben wir da was zu erzählen von Apple Ja und nämlich stellt Apple dann am 22. Oktober, wie schon ein paar Gerüchte gesagt haben, am 22. Überhalt das neue iPad vor und unter dem Namen we still have a lot to cover noch dazu sollte das neue Mavericks ein bisschen mehr gezeigt werden was die neuen Funktionen sein werden und der neue Mac Pro dieser Zylinder da wo es ja schon bei der letzten Präsentation vor einem halben Jahr schon ein paar Bilder also von Apple gab und sie gezeigt wurde und Thermalkühlung und er soll dann bald der Release von diesem fetten Teil dann auch kommen und noch dazu bringt Apple das neues raus, aber nur für sich selbst und zu den Arbeiter denn es wurde grünes Licht gegeben zum neuen Apple Campus, der soll Spaceship heißen und ja sieht richtig schick aus, finde ich einen schönen Arbeitsplatz, wäre sicher nicht unangenehmer zu arbeiten und Bilder werdet ihr jetzt herumfliegen sehen sicherlich schlecht das ganze und das ganze soll auch gebaut werden, um einen alten Platz und ein paar alten Firmengebäude vom HP ja dann hat es auch noch was von Google gegeben zum Event ja, also wir denken, wir sind ja alle noch in großer Erwartung hier wann stellt Google jetzt endlich die neue Nexus-Hardware vor wir sind alle hier gespannt und lecken uns die Finger nach KitKat ja, Google hat jetzt auch endlich mal einen Event-Termin freigegeben und zwar am 24. Oktober allerdings geht es da wohl eher um den Google Play Store als um Nexus-Geräte niemand weiß so genau, was ist jetzt hier im Busch äh, Google hat in der Pressekarte einfach gesagt Join us for a night with our Google, äh, with Google Play Music, Movies, Games and a Special Performance bei Capital Cities ähm, das heißt es wird da kein Wort von irgendwie KitKat oder irgendeinem Nexus-Gerät äh, erwähnt und ja das denken auch gut informierte Quellen wie geek.com äh, die sind auch der Meinung, dass es da tatsächlich nur um Google Play geht und da wohl um einen Newsstand also irgendwie so Zeitschriften und sowas äh, das sind alles so Gerüchte, klar äh, wir sind allerdings gespannt und hoffen, dass dann auch bald jetzt endlich mal hier Nexus-Hardware regnet und bei mir ein KitKat unter Weihnachtsbaum liegt oder, naja, zumindest zum Essen wahrscheinlich nicht in Hardwareform aber egal, zu dem Hardwareform äh, zu der Hardwareform gab es nämlich auch was und zwar ist da das Google Nexus 5 ganz kurz mal in der 16 GB Variante im Play Store erschienen bestellt, äh, bestellen konnte es niemand man konnte allerdings sehen, dass es für 350 Euro im Play Store, also 350 Dollar, dann wahrscheinlich auch 350 Euro 1 zu 1 Umrechnung wie immer, ähm, ja im Play Store landet für 16 GB mit einem Snapdragon 800 LTE und einem 4,95 Inch Display, welcher mit 1080p auflöst, wird auf jeden Fall lustig und ich hoffe jetzt mal endlich, dass Google die Sau rauslässt ähm, ja, und das Ding auf den Markt schmeißt was jetzt auch auf den Markt geschmissen worden ist, äh, wurde am 16, am 17 Oktober ist Windows 8.1 Ja, und das bietet nur ein paar neue Funktionen wie einen Startknopfen, ein bisschen bessere Organisierung mit Alphabet, die Symbole ein bisschen besser anpassen mehr Personalisierung, sagt Microsoft und, ja, das Ganze ist gratis für die Käufer von Windows 8 bis, bis, glaube ich, Anfang Oktober, also bis Ende September auf jeden Fall ist es für alle davon gratis für jetzt ein Jahr lang ein Jahr lang Ah, okay, okay, danke also ein Jahr lang seit der Windows 8 könnte gratis updaten und, ja, für die, die es nicht haben, kostet das Ganze 120 Euro im Vergleich, das Ganze hat bei Windows 8 zum Release 30 Euro gekostet und, ja, mal sehen, wie sich das verkauft und ob Microsoft den gewünschten Erfolg damit schafft oder es wieder ein Flop wird wie Windows 8 woran ich eher glaube als ein Erfolg Ein kleiner Tipp für alle, die da draußen an Windows 8.1 interessiert sind kauft euch eine Windows 8 Version noch gibt es das auf Ebay und Amazon noch bekommt ihr irgendwo eine Windows 8 Version her für 50 Euro statt für 129 Euro so eine teure Version denn teuer wird es vielleicht auch bald für Nelovo denn die sind an der Übernahme von Blackberry interessiert ihr wisst ja, Blackberry scheitert jetzt so ein bisschen weil sie so ein ganz leichtes Smartphone-Geschäft verschlafen haben und Lenovo ist anscheinend an dem Kauf interessiert hat laut dem Wall Street Journal jetzt auch schon ein Dokument was dann nähere Einblicke den Lenovo-Leuten in das Blackberry-Geschäft gewährt und da möchte man halt schauen ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein wer jetzt Blackberry übernimmt ob sich Blackberry überhaupt aufkaufen lässt denn ich denke da sind einige Patente und auch noch Techniken im Hintergrund die für einige Firmen wie zum Beispiel Google wir hatten ja auch schon drüber berichtet oder halt in diesem Fall Lenovo interessant sein könnte Lenovo ist ja auch im Smartphone-Markt noch nicht ganz so erfolgreich aber ich denke erfolgreicher als Blackberry erfolgreich ist auch das Samsung also der Samsung ist natürlich auch relativ erfolgreich zum Beispiel mit dem Samsung Galaxy S4 auch wenn das sprichwörtlich durch die Decke geht ja und nämlich gab es ja in den letzten Tagen, Monaten oder Wochen bei vielen Kunden beschwerden, dass die Akku auf einmal Puff gemacht hat das Wort wörtlich ist hat sich aufgeblasen das Ding ist aufgegangen und ja, da wir jetzt ein Bild sehen das sieht sehr gesund fürs Handy aus und ja Samsung verteilt sein kostenloser Ersatz für die betroffenen Kunden und ja, das finde ich guten Support, denn es ist einfach neu kaufen wäre einfach Blödsinn weil die Kunden ja nicht schuld sind und es ist einfach ein Fehler beim Akku ist und ja ja, müssen sie ja natürlich auch austauschen was jetzt auch noch ausgetauscht werden könnte oder was man sich hätte sparen können zumindest denke ich das wäre das iPhone 5c denn da ist das Interesse am iPhone 5c jetzt nicht so groß Apple fährt auf jeden Fall jetzt die Produktion runter und ja, laut dem Wall Street Journal hat Apple jetzt seinen Partner angewiesen die Produktion bis zum Weihnachtsgeschäft herunterzufahren und ja, so soll laut Analysten für zwei Drittel der iPhone 5c Produktion ähm, was? jetzt habe ich mich verlebt egal, also so auf circa also auf vier iPhone 5s kommt dann irgendwie ein iPhone 5c und ja, woran schaltet das Ding? ja, klar, man könnte genauso gut ein iPhone 5 kaufen ähm, vom Preis her gibt sich da jetzt nicht so viel und ich weiß eh nicht warum man jetzt unbedingt ein iPhone 5c braucht wenn es doch ein iPhone 5c braucht ja, genau äh, ich meine die dumme Hülle mit den komischen Löchern drin ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht naja, egal was man auf jeden Fall aber gebrauchen könnte wäre eine coole Android-Konsole und da wäre die Uya ja eigentlich nicht schlecht, oder? ja, und die kommt dann auch endlich nach Deutschland am 15. November gibt es ja schon seit etwa ein paar Monaten, sagen wir mal, oder Wochen auf jeden Fall schon in Amerika, also USA und ja, das Ganze wird auch für 120 Euro zu haben sein und hat eine nicht schlechte Hardware also wenn man, sagen wir mal, ein nicht so High-End-Smartphone hat und auch nicht so viel Geld ausgeben will um die Top Android-Spiele, um die zu spielen könnte man sich ja so ein Gerät holen, hat ein Digra 3 Quad-Cock Prozessor also keine schlechte Hardware, kann man sich ja mal ansehen und holen und natürlich hat man einen Controller und das Ganze am Fernseher anschließen aber ist aber klar und hat auch Sticks, also wieso nicht? was auch nicht so schlecht ist vielleicht oder wäre Internet unter Wasser ja genau, Internet unter Wasser, das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt ich meine, wer möchte denn bitte, während der vielleicht irgendwie schnorchelt oder taucht auf dem Handy seinen Facebook-Status ändern oder irgendwie twittern oder einfach mal ein bisschen lustig surfen, während man unter dem Meer noch ein bisschen Haie guckt oder Fische oder was auch ever äh, nein, das Ganze hat natürlich einen sinnvollen Hintergrund und zwar soll man damit bessere, äh, bessere Stationen über eine Art Wifi ähm, ja, soll man halt Tiefsee-Computernetzwerke aufbauen welche dann genauere Informationen über Seebeben oder Tsunamis oder dergleichen halt ausgeben könnte das wäre natürlich für Sachen wie Japan wo schnell mal ein Seebeben oder sowas entstehen kann eine sehr gute Sache oder USA, klar halt an so Bebenregionen wo man halt schneller Leute evakuieren kann äh, oder halt genauere Informationen auch über das entsprechende Beben rausbekommt da ist die Universität von Buffalo ähm, ja, gerade dran und forscht da ein bisschen rum und ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ist natürlich jetzt eher nicht dafür gedacht dass sich jetzt der Otto-Normal-Geek jetzt mal eben im Wasser noch ein bisschen kurz Facebooken kann äh, ja, hat auf jeden Fall einen ernsten Hintergrund finde ich ziemlich interessant und vielleicht wird es ja wirklich irgendwann mal für abgelegene Regionen irgendwie auf einer Insel oder sowas genutzt mal schauen egal das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und was sich, wie sich die Woche noch so entwickelt, äh, hat werden wir euch dann nächste Woche wieder in Zusammen in der Zusammenfassung bringen aber jetzt noch mal der Tech-Top genau, der Tech-Top, den ich beinahe vergessen hätte aber der köchelt jetzt noch leise vor sich hin und den wird der Emanuel jetzt noch mal ein bisschen auf die Herdplatte stellen ja es gibt nicht so viele News wie die letzte Woche aber ein paar sind schon dabei und ja, das eine wäre angeblich soll Amazon und HTC einen eigenen Line-Up arbeiten das Amazon dann auch endlich Smartphones rausbringt und das Ganze, ja finde ich keine schlechte Idee von Amazon die Kindles Fires verkaufen sich ja nicht so schlecht und man könnte ja da mit HTC, die auch ein bisschen schwächeln aber vielleicht wird der HTC One Max, was wir auch schon in den News auch gemacht haben könnt ihr ansehen auf jeden Fall werfen beide sicher kein schlechtes Geschäft nur was ich ein bisschen schade finde man kennt ja diese Fire-Geräte und ja, wer das kennt Android ist ja nicht mehr offen so eine Art kein Playstore, nur Amazon-Produkte ja, Geschmackssache und was auch Geschmackssache ist ist ein MP3-Player jetzt fragen sich sicher ein paar MP3-Player ist das nicht schon tot ja, für Nokia die denken sich, nein, das Ding lebt ja noch oder könnten wir ja damit Geld machen nämlich, gibt es ein Gerücht, dass Nokia an einem MP3-Player mit NFC arbeitet ich habe keine Ahnung, was man mit einem MP3-Player mit NFC machen soll ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Laden geht und dann mal schnell mit seinem MP3-Player bezahlt weil jeder hat ein Smartphone und dort auch einen MP3-Player also, armes Nokia, woher bekommen diese Idee wo kommen diese Idee hin naja, keine Ahnung vielleicht ist es dort so kalt aber, mal sehen hoffentlich bringen sie das nicht raus meiner Meinung nach, es war ein Flop das wäre es aber auch für diese Woche aber vielleicht findet Nokia ja einen interessanten Anwendungsgebiet dafür und es wird vielleicht doch irgendwie genutzt irgendwas, wenn sich hier dabei gedacht haben wir lassen uns auf jeden Fall überraschen warte, dann hätte ich doch was, dann hätte ich noch was ja, was? ja, ja ein Konzept von Nokia, wenn Nokia jetzt zuschaut macht einen MP3-Player der NFC hat ja, im Weltraum funktioniert was? egal, egal äh, ich weiß jetzt nicht, was los ist aber ich rufe jetzt erstmal den Arzt ja weil ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier so gerade im Weltraum ein NFC MP3-Player egal auf jeden Fall ich weiß nicht, ob die Jungs von der NASA da interessiert sind schöne Grüße an die ISS falls ihr uns gerade hört ich glaube zwar eher nicht aber ich würde sagen bevor er hier noch weiteres Virus-Zeug redet verabschieden wir uns lieber ins Wochenende äh und wünschen euch einen guten Start in die nächste Woche ne? ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal okay, ciao Alter, was ist mit dir los? ach ja das ist mit dir los? Vielen Dank.